Und da sind wir, diesmal mit Intro bei Let's Play Skyland. Hier ist Jens, da unten ist Kai, ich bin hier und wir begrüßen euch. Ey, du hast so eine Frage, hatten wir gestern in der Folge kein Intro? Äh, nee, da war das Intro ja noch nicht erstellt. Ich hab das in der Nacht gemacht. Ich hab das in der Rückwärmung. Ich hab das in der Mitte. Ich dachte gerade, den Krieg übersteht neben mir. Alter, ich hab mich was trocken. Aber zwischen Hochland und Bestand, ja. Ohne Intro. Ohne Leon. Dieessen, folgt auch keine Intro. Im Toreignal ist auch das auf die Fälle wieder durch. Ich hab keinen Bock mehr aus und zu machen. Und dann mit Türen bitte. sie wir können hier A A ich dachte ich es ist ihm Alter warum leckten das jetzt so warum lecker okay jetzt wird er auch gestorben schon wieder ja Timo Junge Hauf übernommen ist zulässer von ihnen nicht mehr weiß ob dies waren der kommt drauf so alles legt ja okay das ist schon verdächtigt John das Telefon im Hintergrund von wem ja von dir Jens Hallo egal ich kann ein nach zu auch solche Sachen wieder heute können wir nicht auflegen Kai von Sporn Kai was warum Sporn die Monster auch tagsüber weil es ist und so ja oder ich auf Plus 100 gestellt haben wer war der Kiste hat jetzt welche Kiste die wie nein ich kann auch nicht in was und war ja es ist nun hat das?」 wir machen die das wir brauchen wir brauchen wir brauchen noch fleißen von bis zu haben ein Regal in der Wand nein macht das wieder weg er alt wird das ist sie im Hintergrund ich verschwinde es sich diese Türen wer ist die Geistung was zu Gott nur dann ich hab noch leid und scheiße hat sich wieder erschreckt Raja ich heiße noch ein halbes Jahr so gut sich volles Essen auch ich habe sie keine Lust zu Hause ich hab's vergessen die Mier was er will Hagen die Ende Frage hast eigentlich schon die zweite Folge hochgeladen auch schon die in die Reihe auch auch zu nehmen warum kann ich fressen, der heilt sich aber da nicht jetzt wie gesagt, dein Intro ist nicht das Wichtigste bei einem Let's Play doch eins der wichtigsten Sachen Ron hat auch kein Intro ja Ron braucht es auch nicht, Ron ist cool Ron hat auch kein Intro ja die brauchen ja auch alle keins, die sind berühmt ok oh Junge, jetzt reißen wir die kriegen wir Band für die Zeit wir sehen uns gleich wieder Ron kann ich das recht ok danke Kai und da sind wir wieder, sorry wegen den Lex von gerade aber egal und der Punkt abhand den Kampff den Helmhain-Kanonen das geht nein 3 und das war die Liga ist offen das ist auch mein Mann, wo ich meine Türe war es und die Türe ein Volk war und ich nicht so gut das weiß ich nicht also ich habe mich nicht doppelt dann liegt es nicht ich habe Kopfhörer an du kommst du kannst dich aufsteigen dann ist es nicht aber ich will mich auch nicht aber ich will mich auch nicht ich habe sie auch aber ich mich nicht der Wurden die Städte eine Logik die Städte die Städte die Städte die Städte die Städte Streichs so dass sie drei zwei jetzt wenn die vierte Tod 5 ja doch doch er hat auch die Hälfte nicht was der vierte Ludum bis in Folge 1 2 mal gestorben Folge 2 glaube ich bis in Folge 2 gestorben ja auch wir haben nur einmal okay nicht und sie einfach nachher noch fünf Ton aus Sander so eine schöne Liste in Kai Jens kam in Zupac liegt Erwin kann abgabend ich kann man ich bin bis zu fahren oder nicht ist in unsere Bruder und Backmereisen das ist sich lustig an die die Eisenbacken Junge die Lieblings heute auch was machen die Erna ließen da auch das Volk ist die am Kampfer und zum Beispiel das ist also das ist glaube ich jetzt die größte das größte Haus das die zusammengebaut doch kann das wir zusammengebaut haben von Sporn ist keine Zombies mehr weil es wird als Abwürdigstück Sätze Stolzern aber auch noch eine Reihe die Mieter mit der Aktivität das ist auch gewesen gerade waren sie aktiv ja meint mich auch und bei mir da vorne ist die Stelle jetzt nach dem Ort da ist ein Krieger und das sind ganz viele Monster EOI warum kann ich jetzt nicht mehr gegeben auch auf die letzten Werte mit dieser Scheiße gemacht kann ja nicht immer noch ich krieg den jetzt macht ich würde gehen nur wer das hallo hier gibt es offen ist warum es nicht möglich ist umspielen es ist klar dass es so wollen irgendwann darum geht ganz ehrlich also nicht also dann ihnen die man im Haken Prozent der Steele Opiele ja du musst es mal der Städte ich habe mich über ein paar die vielen Minuten auch 20 man kann ein paar Spieler die kann ich nicht entnehmen aber ich weiß nicht ob er auch noch dann sind dann für 20 Minuten doch auch ganz weiter diskutieren ja da Hilfe ich war dann um und hier ist auch mit die Scheiße ist die nicht dummer Kriegung hat genug du kannst gar nix wir haben nicht Der Scheid ist abgeschissen. Kai, Jens. ich kann nicht sofort und gehen ins Haus und ich eben auch Problem so bin wieder da okay ihr lebt ziemlich bei mir rum Warte mal, ich schläg nochmal eben auf. Ihr legt immer noch die Wicht rum. Ey, lass mal eben neuen Dings erstellen. Sorry, dass ihr, dass es gerade so mega leck Dings hier ist. Tut mir leck. Schof, jetzt geht's. Hi. Was ist passiert? Ihr habt bei mir, also mein Geil ist, äh, mir abgeschissen, dann habt ihr bei mega rumgelegt. So war schon wieder so ein komischen Ton. Kai, du leckst. Oh, das ist doch zum Kotzen, Skypie-Junge. Sondern, sonst, äh, sonst lass ich eben zu TS, äh, äh, wechseln. Alter, ich leckig, haut im Boden rum. Jens, komm, lass eben zu TS wechseln. Und drüber zur TS. Ähm, da. Tut mir leid, wegen den ganzen Lacks und so. Oh, komm. Okay, die müssten jetzt gleich nachkommen. Ich muss bei ihm nur was nachgucken, Beschuldigung. Mein, das sehe ich nicht, wie lange nicht schon am 10. Also, wie lange nicht. Ich möchte auch schon noch nach 5 Minuten. Nee, 10. User, join your channel. Nein. Wo ist Kai? Keine Ahnung, das ist noch nicht da. Alter, ich leck hier vor, wenn ich leck sie jetzt. Okay. User, join your channel. Hi, Kai. Hi. Ja, okay, wir sind wieder alle da. Hi, mein Team-Speaker ist gerade nicht auf. Ja, ich, ich mach die auf immer noch 10 Minuten lang, oder? Hm? Ja, okay, das Loch am Boden ist weg, Gott sei Dank. Hier Zombies lagen. Auah. Okay, ich, ich war das Haus noch zu Ende. Oder allgemein Monster jagen. Ach geil, die Spinne greift den Skeletten aus. X3 machen auf den 7-Buch aus. Nehmen wir jetzt noch auf, oder? Ja, wir nehmen noch auf, nur ungefähr 10 Minuten. Gut. Wir nehmen jetzt noch 10 Minuten auf, bis 10 Minuten. Ich bekomme keine XP. Sollen wir danach nochmal eben aufnehmen? Kannst du mir tun. Jens, was sagst du dazu? Äh, ja, okay, ich fülle Nacht noch, dann habe ich die Zeit. Oh, jetzt ist schon, passt. Ne, egal, dann machen wir noch einen. Ja, okay. Nimmst du dann, äh, nimmst du dann auch? Also warum sind hier nur Kripa und keine Zombies? Oh, ne, dann, dann lass mich lieber nochmal auf. Dann lass mich gleich, äh, ja, egal. Au, au, ich kann auch versuchen auszunehmen. Ja, nee, aber nachher, ich sag's mal, irgendwie, wir nehmen 10 Minuten auf und dann kommt deine Mutter rein, du musst, äh, pennen gehen und dann... Ah, okay, das brauchst du jetzt nicht mehr, das vielleicht so erwähnen. Das will die kommen. Hey, das ist mein Zombie. Okay. Alter, das Holzbock rum. Da kann ich jetzt nichts mehr. Doch, du hast es hingewitzt. Oh, tut mir leid. Alles deine Schuld. Da unten sind kühl, warum sind da unten kühl? Ah, nein! Oh, kacke. Jetzt greife ich gegenseitig an. Ich will die XP, du Spaß die. Du sollst mich da runterfliegen, Co. Scheiße. Nein, ich will das nicht討 Catherine, ich will das nichts mitlesen. Wissen. Ich hab Ende null. In what endgüter Mar an wer hat denn die in die Sportart auf 100 gestellt und ich muss nicht nur ausgehen und vollfahren für eine Spinne Kripp und bei Ihnen ich bin jetzt da die Beine auch um hat das gerade geleckt Aua ich mache den Ort ähm machen wir äh Regen aus oder Au wie viel Uhr ist das da auf dem Server? Aua was ist das da für 11 wir uns tagesstab auf dem Server oh dieser schalt Regen können dann machte man aus weil ich in den ok die Anführung ein hessliches Gerät ich sterbe ich sterbe an die Köln ist das zu gehen ich brauche hier ob er hat hat einer von euch Knochen Prozent ja ich habe geöffnet ja gut weil wir brauchen baumnie für die Melonen und blöd finde ich, dass man die jetzt mehrmals für die, äh, so bedringen muss nicht nur einmal hast du noch ein Steinschwert? mein Steinschwert hält endlich Staunen dran ja Jens, wenn du das ganze Eis, äh, das ganze Eisengraus, konnte ich mir auch kein Eisengraus machen da sind 14 Eisengraus dann habe ich nichts gesagt warum ist es denn schon wieder nachhaltig? es wollte doch gerade ein Tag werden, oder? ja irgendwie schon man könnte ja zaubern egal, gar nicht Aua okay wir haben 18 Eisen ja daraus könnten wir schon mal Anfangsrüstung bauen ja, was können wir tun ja, was können wir tun eine komplette Bräuchte nur 23 ne, 24 echt? ja, und dann, ähm, musst du ja auch nochmal für jeden das machen ja, das ist klar ja, okay, also, äh, wartet, also ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme jetzt hier okay äh, wir bedanken uns beim, fürs Zuschauen und so ja, was bekommt man, was muss man als Soldat machen, Kai, am Job okay bis zur nächsten Aufnahme, auf Wiedersehen üs crash Respond ja, bis zum nächsten Mal ja, bis zum nächsten Mal ich bin